So, Hallöle, herzlich willkommen zurück in Bomberman R für die Switch mit eurem Pew-Pew-Blow. Und ich seh grad, äh, ich hab, äh, hallo, ja, äh, ich hab ja letztens aufgehört in der Ebene und ich hoffe, ich bin wieder dort, ich hab nämlich versucht gehabt, meine Switch mit dem Internet zu verbinden. So, da gibt's nur leider eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, mein richtiges WLAN wird nicht erkannt, wie immer, immer noch, aber das Gute ist, mein, äh, ich hab mit meinem Handy, äh, ein Hotspot aufgemacht und da hat's funktioniert. Ich hab ein Update auf die Switch bekommen und, ja, aua, boah, bin ich wieder dämlich. Aber egal, ich habe es zumindest mit dem Internet verbunden, das reicht, ja. Ja, da wird durchgucken. Scheiße. Oh, hier ne Bombe. PIEP! Oh. Ey, ich bin zu dürf, um das Spiel zu spielen. Hier mal 11. Toll. Kurze Pause. So, jetzt bin ich wieder da. Ach, du je. Ja, wie gesagt, ich habe mit meinem Handy im Herder-Hotspot da gemacht und habe dann halt meinen WLAN gekriegt. Halt nur vom Handy, aber Hauptsache überhaupt was gekriegt. Das ist die Hauptsache. Oh, scheiße, scheiße. Und wie wir gesehen haben, gleich das Spiel wird angefangen und nur am Verrecken. Ah. Alter. Ich habe gerade ohne Schmick gekriegt, dass hier, äh, uh, scheiße. Eine Scheiße ist, aber egal. Aber egal. Biff. Oh, oh, scheiße. Ah. Wieso laufe ich genau gegen den? Bin ich behindert, ey? Oh, Mann. Ah. Ah. Das Spiel macht mich ein bisschen aggressiv. Ich habe damals auch Bomberman gehasst, ey. Hä? Ich wollte doch auf den blauen Ding machen. Ich glaube, das geht gar nicht. Doch, geht. Biff, biff, biff. Oh, zum Glück. Hier hast du auch noch was. Bitteschön. Und tschüss. Das sah gut aus. Der hat es gesehen. Ohne Bombe. Ich gehe wieder weg. Aber Hauptsache, wir haben ein Ziel jetzt endlich geschafft. Aber verlieren tun wir sowieso. Ich habe Leben verloren. So, hallo. Oh, oh, oh. Nein. Oh, das war knapp. So, erstmal hier eine Bombe. Erstmal hier eine Bombe. Und hier eine Bombe. Und, oh. Mann. Ich bin so behindert, ey. Ich sterbe die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Nur am Vorrecken bin ich. Äh, 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 äh. Nee. Der Frosch hätte eigentlich sterben sollen. Oh, so ein Hacker. Hier, macht das mal. He, he, he. Oh, zum Glück getroffen, ey. Ich wäre schon ein bisschen traurig. So, erstmal hier eine Bombe hin. Und erstmal normal rennen. Komm schon. Hier, bitteschön. Äh, hallo. Bitteschön, Herr Mister... Hallo. Hier, hilfst du hier wegzurennen. Mache das, wenn du die scheiß Bombe reinrennst. Dann mach ich das halt. So, und so. Da hab ich gut gemacht. Wow. Super. Mann. Ich sterbe hier. Ich sterbe hier die ganze scheiß Zeit, Mann. Und dabei sind das noch nicht mal die Gegner. Das bin ich. Ich bin einfach zu dürf. Ich bin zu schnell für das Spiel. Kommt damit nicht klar. Nee, ey. Süß das halt. Erstmal alles in die Luft sprengen. Dankeschön. Tschüss. Ha. Guckst du durch. Oh, ich guck durch. Oh, ich guck durch. Och, nee. Toll. Hä? Fortsetzen? Was hab ich denn jetzt? Hab ich irgendeinen Bonus oder so einen Scheiß? So, einmal hier. Ein bisschen öffpassen. Nicht, dass wir wieder sterben. Das wäre nicht gut. Hier. Ja. Ja. Nein. Der sollte sterben. So. So. Ha ha ha. Hu. Auf Wiedersehen. Beide. Ha 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 ha. Oh, zum Glück, ey. Ich wäre sonst ein bisschen traurig. So, dann haben wir das nächste geschafft. Arena geschafft. Nice. Vier Schalter anschalten. Fertig. Schloß. Einmal hier. Den Schalter. Und öfft passend, dass wir hier wieder verrecken. Also, ich verrecke wahrscheinlich nur wegen euch. Weil ihr mich irgendwie ablenkt, ohne dass ich es merke. Da ist ein Scheider. Nehmer mit. Der Frosch, der nervt. Lol. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Mann, warum stirbt der nicht? Oh, was? Ja, tut mir leid. Irgendwas ging da schief. Würfe. Das war beinah schiefgegangen, du Hure. Oh, Mann. So, der letzte Schalter. Oh. Geht bitte weg. Also, ey, das ist unverschämt. Weg da, rein, rein. Hauptsache, wir schaffen das noch. Ja, ich bin impossible hier. Das Spiel ist impossible. Ich schaff das ja gar nicht. Viel zu brutal, ey. Nur am verricken. So, jetzt bombe ich erstmal alles hier nieder. Bin ich behindert? Ach, nee. Ey, das geht nicht. So soll das gar nicht sein. Hier habt ihr noch was. Sterb, sterb. Und ich treffe zwei. Gut. La, 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 la. Guck mal, moi. Erstmal hier ne Bomb, hier ne Bomb. Und erstmal hier hin. Nichts drücken. Hier ne Bomb, hier ne Bomb, hier ne Bomb. Und renne weg. Oh, hier bitteschön. Biff. Keiner hat getroffen. Scheiße. Ne, 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 ne. Ah, ich dachte schon, ich bombe mich wieder selber weg. Alter, hier. Ich glaub mal, bei dem Spiel denkt man immer, ich mach hier Suizid. Aber mach ich gar nicht. Oh, nein. Scheiße. Ah. Das, das, ah. Ne. Ich fand das scheiße. Könntest du mal irgendwas machen? Explodieren der Luft oder so? Ja, komm doch mal hoch. Ich treff den hier gar nicht. Aha. Toll, jetzt reicht's mir. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, was? Ja, mal gucken, was er jetzt macht. Ich bin doof. Was mach ich denn? Mann. Alter, das Spiel ist mir zu schwer. Ich sch- Ah. Ah. Ey. Ne. Juck. Ey. Ne. Wie kann man so schlecht sein? Ich bin doofi. In den, in jedem einzelnen Spiel. Und jetzt auf einmal verkackig. Das macht gar keinen Sinn. Aber okay. Oh. Ne. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hoch. Weil die Mühe wieder hier die ganze Zeit hier meine Leben versagt. Und die scheiß, das Spiel, das, das, das Hekt. Ich glaube, fuck. Ey. Ne. Hier ist mich hier zu verarschen. Hallo. Hier, bitteschön. Ah. Aber wenigstens habe ich irgendwas getroffen. Hier, eine Bombe. Yeah. Was kann ich hier lang? Ah. Ah. So. Ich dachte schon, der Ballon trifft mich wieder. Und dann wäre ich wieder tot. Bin ich behindert? Mann. Das geht. Ey. Ne. Ne. Hier ist es. Mich so zu verarschen. Komm. Erstmal alles weg. Da unten. So. So. Hier ist kein Weg. Ah. Mann. Ja. Fortsetzen. Ach. Ich brauche. Hä? Ach. Ich brauche nur noch 10 Münzen. Oh. Zum Glück. Weil 300 war mir zu viel. Hier in der Bombe. Der geht weg. Warum? Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Bitteschön. Hahaha. So. Du verlierst. Da kann ich wenigstens hier weiter. Zum Glück habe ich wieder ein neues Leben. Ich wäre nur ja am Konziden. Ja. Ich bin auch impossible. Hahaha. Ich hoffe, ich schaffe es heute. Ich hoffe es. Biff. Bäm. Weggebockt. Falsch. Bissi. Wenigstens die Scheiße getroffen. Hier, bitteschön, Ballon. Mr. Ballon. K.O. Lol. Das tut mir leid. Oder auch nicht. Dummes Arschgesicht. Bäm. Weg. Los, nochmal. Bäm. Hallo? Hören Sie bitte. Hier. Hier. Oh, da unten ist was. Oh, ich komme da nicht hin. Mal gucken, was der macht. Hier, bitteschön. Da geht bestimmt auf die Bombe und dann büft es beide down. Ah, zum Glück. Ich muss jetzt hier Berechnungen anmachen in meinem Kopf, damit ich hier die Bomben richtig gelege und nicht reinrenne und sterbe. Ja, ich kann die weggolfen. Das war knapp. Das war knapp. Äh, ja. Ich habe nur zwei Gegner. Die sind hier oben. Oh, das wird doch so ein scheiß Frosch. Hallo. Ich will hier nach oben. Hallo. Äh, bist du ein bisschen nerd? Ey, hallo, schwarzer Bomberman. Hier, machen wir mal was. Ordentliches. Jetzt geht der hier hoch. Will der mich verarschen? Für was mache ich hier die Bomben hinter mir? Hallo? Könnten Sie bitte hier runterkommen? Weiter, weiter. Oh, der verarscht mich. Da gehe ich halt hier hin. Ha, 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 ha. Bäm, bäm. Buff. Und getauntet. So, einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier stehen bleiben. Und ich habe ihn gekillt. Jetzt nur noch diesen kömischen Frosch da. Ha, ha, ha. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Hat ihm gar nichts ausgemacht. Ich häng fest, ich häng fest. Nein. Nach meinen Berechnungen ist das unmöglich, dass ich da sterbe. Wieso sterbe ich dann? Äh, rede geschäft, danke schön. Ach, schluch. Weh, ich schaff das nicht. Alter, ist er ja wieder. Da seid ihr ja wieder, ihr lästigen Eindringlinge. Ach, ihr beeindruckt mich immer und immer wieder. Mal Labyrinthe gehen. Das kann keiner mehr schaffen. Diesmal habe ich ein bisschen umgeändert. Die Wachrobotern werden dieses Mal richtig gut sein. Hä, Moment mal. Oh, es geht schon wieder los. Aua. Hey. Wo sind wir denn hier wieder gelandet? Was, ihr seid schon wieder da? Warum seid ihr denn hier? Mein Labyrinthe, ich habe das verbessert. Richtig verbessert. Hey, der kleine Junge damit ist ja wieder da. Hey, ich bin nicht klein, habe ich gesagt. Ich bin erwachsen. Verstanden, ihr Schweine? Ich werde euch K.O. machen. Was? Das Kind redet? Hörte auf, mich Kind zu nennen. Na, warte. Ihr denkt wohl, ihr werdet lustig. Jetzt mache ich euch alle kalt. Mein, ich bin jetzt sehr, sehr sauer. Ihr werdet doof gucken, wenn ich euch auslösche. Habt ihr verstanden? Okay, dieser Kampf muss jetzt endgültig geschafft werden. Ich habe keinen Bock zu sterben. Schon wieder. Und wieder Selbstmord. Bei den Bomberman ist sie ja eigentlich nur Selbstmord. Obwohl, keine Ahnung. Ich halte sie klappen. So, let's go. Ja, ja, ich weiß das. Oh, der ist diesmal langsamer. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Wie soll ich den denn hier schaffen? Ey, kack, doch die Wand dann. Oh, bin ich behindert. Geht schon wieder los. Die Leben gehen hier weg wie nix. Happy, begloppt. Wieso bombe ich mich immer selber? Oh, was mache ich denn? Ja, ja, geil. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Komm, mach ihn down. Ja, was? Ach, nee, nicht mich selber. Ich schreie hier viel zu sehr. Hä? Ich wollte mit... Alter, höre öff. Jetzt kommt wieder her. Komm, du kleines Kind. Ich mach dich. Ich mach mich selber down. Ich weiß vorhin, wieso der hacken kann. Ja, renn noch weiter, anstatt stehen zu bleiben. Hallo? Hallo? Ich raste die noch aus. Ja, wenigstens, ich würde hier unendlich leben. Ich kotze hier noch ab. Wie kann ich den denn verarschen, ey? Ja, es hat geklappt. Oh, Dummheit hat immer geholfen. Du ist gemacht. Das kriegst du... Oh, da krieg ich ein Eis. Was ist denn jetzt los? Das ist nicht ihr in Ernst. Der Nüchter Iron Ghost. Wie denn? Das ist ja immer ein bisschen komisch. Hahaha, Bomby. Wie viel Leben hat er denn? Biff und Biff und Biff und Biff. Oh, nein! Scheiße. Irgendwie ist der ein Hacker. Ich weiß sogar nicht, was seine Schwäche ist. Was ist denn seine Schwäche? So, ein Biff und Biff und Biff. Mach ihn down. Yeah! Ah, scheiße! Ich hab's gar nicht gewusst, wo der... Könnte der waschen... Ist der tot? Ich hab gewonnen. Komm schon. Soll ich noch mal ein paar Bomben mitlegen? Ach nee. Der ist schon down. Auf wenigsten meine Hose ist schön rot noch. Rot voller Blut! Von Zeit. Obwohl der ein Roboter ist. Hm. Komisch. Ein Stern. Wow. Das glaub ich auch. Eigentlich hab ich gar nicht gewusst, dass ich überhaupt einen Stern krieg. Kommt schon, ihr beide. Warum vertragt ihr euch nicht? Nein! Ich habe noch nicht verloren. Ich habe noch nicht verloren. Kein Problem. Ich kann den ganzen Tag bombardieren, Kumpel. Aufhören. Gewalt fiel doch zu Licht. Am besten reden wir einfach drüber. Schnauze aus dem Weg. Hey, warte. An deiner Stelle würde ich das nicht tun. Hm, was denn? Fürstest du dich etwa? Ich sagte, beruhige dich, Held. Los, entschuldige dich. Entschuldige dich. Hä? Keine. Gewalt! Ah, es tut mir leid. Toll. Jetzt hat die alle kaputt geschlagen. Das hat man davon, wenn man hellblau Weed macht. Oh, wenn hellblau nicht sich ärgert, ey. Wie furchterregend. Ich hasse es, wenn es klingelt. Ich hasse es so sehr. Gut. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und wir werden im nächsten Part weitermachen. Outro. Rechts ist der letzte Part. Unten Kanäle. Bla bla bla. LK Pilot. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wehe, wenn ich jetzt an die Tür gehe und da ist niemand raus, die jeden kaputt. Tschüss. Tschüss.